Das ist immer noch so wichtig. Da sind leider auch viele Geschmack. Da sind leider auch viele Geschmack. Hast du ein bisschen ungelöst? Das ist immer noch. Es ist immer noch... Na, guck mal. Ja, die haben lange. Mit der Rosa-Knotze ist ein bisschen handy. Okay, ich kann nicht mal gucken, was ist vor den anderen. Lass mal kommen dann. So, wir haben es hier wunderbar gesehen. Schön, dass wir uns sehen. Die meisten sind hier in den Bäumen und Schürf. Das ist heute etwas Schönes. Vielen Dank.